Tanz, Nanny Kempfelbach, hier geht's um deinen Tanzverfolgen und darum, dass du ganz bequem zu Hause tanzen nennst, indem ich als Privat-Tanzlehrer zu dir nach Hause komme und dich tänzerisch bei dir daheim fit mache. Wunderschönen guten Tag dir, hallo, hallo, sei gegrüßt, gegrüßt von mir, dem Sean, Sean Jerome McRae. Und ich sage es den Menschen immer wieder und gerne auch dir, ich liebe es, Menschen tänzerisch zu begleiten, um dafür zu sorgen, dass Menschen tanzen, denn hier geht's also um deinen Tanzverfolgen und den ganz bequem hervorgerufen bei dir daheim. Ich bring's dir bei. Wenn du dir vorstellen kannst, über mich, dem alle.tv, IHK, World Dance, Konzil, Gütesiegel, ausgebildeten Privat-Tanzlehrer Tanzprivatstunden zu dir nach Hause zu holen, wenn das für dich interessant ist, eine Lösung sein kann, wenn dir die Idee gefällt, dann lass uns für deinen Tanzverfolg in Kontakt kommen über die Nummer 0176 840 44 661.